Ich habe vor 30 Jahren mit dem Schnapsbrennen begonnen. Die erste Anlage war ein ganz primitives Gerät. Inzwischen habe ich die dritte Anlage. Also ein ganz tolles Gerät. Es macht also richtig Spaß. Schnapsbrennen ist eine gewisse Leidenschaft und immer wieder eine Herausforderung. Spannend bleibt es nach wie vor. Die Frucht, den Geschmack der Frucht in den Brand zu bekommen.